Auf Marco, komm! Auf geht's! Heiko Mittl hat seinen ersten Punkt schon beigesteuert. Enddoppel. Hier Herren Bayernliga. Und das ist das erste Spitzen-Einzel. Die Nummer eins der F-Feldbrücher. Zweite Mannschaft. Spielt aber sehr oft auch in der ersten. Marco Büttner gegen Daniel Spille. Und da gibt's dann gleich das zweite. Spitzen-Einzel. In dieser Begegnung. Die OKT-Veranierung F-Feldbrich. Zwei. Gegen TV als Dorf bei Nürnberg. Eins. Die OkT-Veranierung F-Feldbrich. Das war's ein ganzes W-Feldbrich. Dürfen Sie auf dem ersten Zeit? Oh, das ist alles. Vielen Dank.